Hallo zusammen, die erste Woche des Startradions ist vorüber. Ich hoffe, viele haben jetzt eifrig in die Pedale getreten und viele Kilometer gesammelt. Und wir sehen, man kann vieles erreichen mit dem Fahrrad. Wenn auch nicht alle Wege, aber einige Wege. Mindestens die kurzen Wege kann man mit dem Fahrrad zurücklegen. Wir sehen im Hintergrund Lastenfahrräder, selbst kleinere Lasten kann man transportieren. Manche transportieren Kinder damit. Also alles ist möglich und man kann es wunderbar ergänzen zu herkömmlichen Transporten. Und deswegen auch meine Aufforderung, so oft wie möglich das Fahrrad zu nutzen. Das mache ich auch dienstlich, wenn es geht. Das macht sogar Spaß und trägt zur Gesundheit bei und schützt die Umwelt.